hallo und herzlich willkommen zu einer folge rocket league ranket und alleine habe ich gerade übel versprochen hat ja gehört gerade tut mir leid manchmal spreche ich ohne zu wissen was und dann kommt so eine scheiße bei raus tut mir leid und noch wegen zahnspange und so nach ja first world problems und wie es aussieht haben wir keinen torhüter und ich habe auch keinen bock das zu machen aber ja gut oh nice da war er fast drin teamwork auch scheiße aber weggetränkt geht auch die sind echt gut und ich bin nicht gerade gut lol nicht getroffen nice auch scheiße tut mir leid tut mir leid tut mir leid ja alter diese spur von der die ton spur gerade ach komm wie ich immer gemobbt werde wenn ich kacke baue als würdet ihr nie eine kacke bauen geht er rein wow das wäre noch übel als meiner ich habe ihn wenigstens noch berührt nicht so wie du guck er hat einfach stehen bleiben müssen fuck i underestimated ja gut kann ja noch was werden ja das war's so warten wir mal eine gute chance wenn der ball jetzt zu uns kommt bitte nicht fest doch du kind einer mutter ich bin da nicht so gut und das hat gar nichts gebracht dummchen okay weggedrückt ach man hätte das ein oh das könnte eine gute vorlage sein und er drückt mich weg dieser ach du scheiße nicht dein ernst oh gott ja gut fängt er mal wieder so gut an dass ich fast aufgeben will aber nein komm es sind erst drei tore gefallen und wie gesagt der aufnahmefluch ne wow du fährst bitte fahr 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 danke ah den krieg ich nicht aber ja gut so nein fahr doch nicht nicht alle beide zusammen das ist doch dumm lol oh der ging nicht rein komm war das eine vorlage fast machst du den nein und er auch nicht die sind gut und sind alle veteran ich bin auch nicht der beste das könnten tor werden könnte mein gott hoch okay danke guter schuss danke mein hund liegt hinter mir nice hallo hund kennt man das wenn ein hund von gamern unterm stuhl liegt so dass man sich kein zentimeter bewegen darf sonst macht es einmal und da ist der hund böse lol mach den rein mach den rein mach den verdammt mal rein dankeschön ich bin eher kommentator als spiel ich spiele da ich hätte auch reinrasen können aber i don't care war sogar noch knapp so wir können das noch gewinnen dann wäre der aufnahmeflug heute gebrochen ja würde ich aber nicht sagen nein nein das habt ihr nicht gehört nein das wäre übelste angst schrei und weg damit nicht mal ein zauberdings booms ach komm schon ouch ich habe nur einen Fall nein nice ich habe ihn fast noch geblockt lol ja gut das können wir noch schaffen wäre natürlich sehr sehr geil oh lol ich muss ihn wegdrücken oh scheiße oh scheiße was für eine Parade und was für ein Schuss nice auf jeden Fall geiles Match gerade oh ne warte warte was wollte ich da gerade fabrizieren ich hatte keine Ahnung nein komm schon mach keinen scheiß er macht keinen scheiß ne ach komm ich nehme Boost oh kommt der hoch nein komm lass ihn doch auf tippen tippen danke wenn das doch ein Tor gewesen wäre ich hätte geweint voll auf der Kamera der geht ich brauche gar nicht hinsiehen der geht ah wäre nicht rangekommen und was machst du was mache ich ich habe auch mal ups nein das wird nichts die gehen davon aus dass sie von 20 Metern fliegen können und auch treffen werden ach komm klatsch ihn klatsch ihn roko dings bumms danke ouch mein Boost ach spring doch nicht klatsch lol nein nein alter wie knapp das ist was für eine geile Szene Szene ach komm doch dran ja genau der geht der geht nice und eine Vorlage ist das geil und eine geile Runde danke 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 richtig geiles Spiel und ich bin wie gewohnt letzter aber macht ja nix ich habe eine Vorlage wird besser komm schon aber weil ich guck mein Ranking also ich bin Level 33 Veteran andere sind besser und ich bin noch nicht einer der sehr gerne fliegt weil wenn man am Boden ist und jeder fliegt dann fliegst du nicht weil du dumm bist ne wenn er bald irgendwie 10 Meter in der Lüfte ist dann fliegen alle sofort los da bleibe ich immer auf dem Boden weil die meisten treffen ihn nicht und dann habe ich ihn und dann ja so ist das meine Theorie Witcher und Runde Klick so was sind die alle für ein Level Veteran Veteran Profi und die restlichen sind Veteran und ich hoffe das ist kein AFKler sonst klatsche ich dem eine oh du komisches Stück Scheiße ein Moment der Stille ich hab ihn dann hast du ihn komm nimm ihn dir komm bitte geh nicht AFK ich hasse das was machst du denn ja komm verarsch mich doch noch mehr nice nice ein guter Schuss danke kein Problem für diese geile Information dass das ein guter Schuss war liebe ich wenn du dieses Video irgendwann mal sehen solltest dann hör es dir an und ich sage ich liebe dich lass der hilft mich ja sowieso nicht ach komm rempel mich nicht einmal an das nervt und im Kreis fahren ich liebe das gut so ich bin gerade der Trainer sozusagen lol der hat ihn sag hab ich überhaupt nein hab keine Punkte nein dann hab ich ihn noch gerettet und da kommt so ein Sputnik Sputnik und ach man warum 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 leben zumindest zumindest eine Runde gewonnen und er kriegt die na klar die machen das noch nur weil es geht auch wenn es für sie scheiße ist denen ist das egal das war gerade seltsam oh shit danke 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 geiles Tor man er ist gerettet und dann kommt so kein Problem kein Problem kein Problem komm fahr du fahr du fahr du danke was für ein geiles Tor ich freue mich ach komm gute Vorlage und das wird wieder ein Tor nice boah was für ein geiles Tor bin ich ein Profi heute guckt ihr dieses Achstor warum freut sich die ganze Zeit wenn ich so ein Tor mache na egal geile Tore freue mich gerade echt dann haben wir zwei Runden eventuell gewonnen wenn jetzt nicht noch ein Tor fällt für die aber es ist noch lange Zeit aber gut dass ich aufgenommen aufgenommen so oder so aufgeholt habe lol Teamwork Teamwork ach kein Tor könnte besser sein ach komm hört auf damit bitte spiel einer Torwart ich hab keinen Bock in der Aufnahme Torwart zu spielen bin sowieso scheiße nice ist da keine richtige Parade aber du hast ihn gerettet danke kein Problem komm dann spiel ich defensiv war gerade knapp Minion habt ihr den nein habt ihr nicht doch habt ihr nice und ich klatschte ihn weg ja gut war mal ein Torschuss kann man damit leben ich weiß es nicht das wäre actually echt nice von dem nein nicht getroffen komm machst du es ach voll voll rückzieher fall rückzieher man ist da immer voll rückzieher was ist denn daran voll oh der kommt gut ach komm was machen wir gerade lol Leute weggekickt nice I like it da kam gefährlich nah geflogen dieser bastard ups weg damit die spielen gerade gefährlich ich habe erwartet dass er ihn trifft sorry lol bei dir gefehlt nein ach komm ach komm warum failst du denn da warum warum ach komm schon ich habe so gut gespielt so geile Tore mach ihn rein wenn der jetzt reingeht bitte nicht ich bringe euch alle um macht keinen scheiß bitte macht kein was habe ich gerade gesagt ich bin gerade übelst angespannt ein bisschen zu hoch aber hätte eine Vorlage gewesen sein können er ist zu weit weg lol haha nicht mit mir nice bring in die Mitte nochmal höher 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 oder machen tor nice guter schuss gg gut gespielt eine sehr geile runde zwei sehr geile runden ich freue mich echt darüber dass wir diese runden gespielt haben und diese zwei geilen tore und mein angst schrei aber es ist alles gut gelaufen dann sage ich mal ich werde mich freuen wenn ihr dieses video kommentiert liked oder disliked oder disliked disliked vielleicht nicht gerade so aber wenigstens anschaut denn es waren sehr geile runden dann würde ich mal sagen dass es die folge für heute ist was sind wir heute überhaupt warte mal heute sind wir Dienstag diese Folge kommt dann Mittwoch denn ich habe schon eine Dienstag die seht ihr wahrscheinlich jetzt um 5 oder so dann sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal